Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist HyperX, aka Danny Polen, und ich darf euch heute mal wieder zu meinem erweiterten Gameplay-Kommentary auf meinem Kanal begrüßen. Und ja, im Hintergrund werdet ihr eine WDNA sehen, mit der Waffe, Ball, Perks, so Schwitzer-Perks, keine Ahnung, wie die heißen, so Standard-Zeug, so Plünderer, Zähigkeit, so easy. Und ja, ich erzähle euch erst mal, ich komme jetzt direkt zum zweiten Thema, und ja, ich bin in Imperium X-Clank gejoint, ist ein ziemlich krasser Clan. Und auf dem werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder demnächst mehr Content bringen, d.h. die krassesten Gameplays, den besten Content natürlich auch auf diesem Clan-Kanal. Es sind wirklich sehr krasse Bieste dabei, und ja, ich laufe ja auch gerade schon wieder fresh durch den Raum hier. Ich würde euch heute auf jeden Fall noch einen freshen ersten Advent hier wünschen, und ja, eine schöne Weihnachtszeit hier, demnächst in drei Wochen ist ja schon Weihnachten. Und schaut auf jeden Fall auf dem Imperium X-Clank-Kanal vorbei, und ja, lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Ich werde zwar noch ein paar Plätzchen wagen, und ja, haut da rein. Achso, und wenn ihr mal spielen wollt, auf der PS4, ich spiele keine PS3 mehr, denn er sind, also steht alles in der Beschreibung. Und falls ihr irgendwie einen Scaff-Controller kaufen wollt, oder, also, oder, ähm, hier. At once warfare für PS3, für einen guten Preis, so, dann könnt ihr euch auch bei mir in Skype melden. Haut rein! Spur! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.